nein okay komm ich mache das mal folgendermaßen wir sind jetzt quasi auf der höhe auf der höhe bam ab ja und so erstmal so das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern denke ich mal kommen wir wollen schön haben wir gestalten die welt wie wir wollen das ist ja der sinn bei minecraft nicht einfach drauf losbauen sondern erst mal die landschaft erkunden das haben ja schon mal gemacht und dann sich eine schöne welt zaubern genau ich hoffe das dauert jetzt wirklich nicht lange da müsste ich mir themen überlegen aber ich denke mal was wir noch in der zukunft bauen werden das wird noch einigermaßen größer werden haben wir denn jetzt will ich auch wenn natürlich nicht ich gehe natürlich noch mal rein hier unten geht es nicht rein sondern da unten so machen wir uns mal kurz eine eisenschaufel ne katze so ja ich hör doch schon auf so natürlich nehmen wir den diamanten ein denn immer nicht wir nehmen den fisch nein das würde auch nicht gehen schön komm wir machen uns mal zwei einfach weil wir es können so ich müsste mal das holz der weile in die kiste tun was ich jetzt noch mal ganz kurz mache ist eine facke anbringen ich habe ja so ein bild das na so war das nicht ich denke mal da unten wird dann zombies bohren oder so weil ich immer hier zombie geräusche höre so noch mal kurz an ohr kratzen so der tropen holz tun wir natürlich erst mal rein alles auch die treppen auch die slabs kakaobohnen das brauchen wir jetzt unbedingt setzlinge tropen holz apfel auf jeden fall das eisen so das andere gut wir haben erst mal platz im inventar okay dann gehen wir mal wieder hoch ich weiß es wird jetzt ein bild dauern hier das den ganzen berg abzutragen aber ich glaub mir mal freunde das wird am ende na geil alter will sich verarschen jetzt haben wir uns natürlich keine spitze gemacht ich idiot nein na super so 1 2 3 ach komm machen wir gleich mal hier sechse da können wir uns zwei machen jetzt haben wir natürlich da das gibt es doch gar nicht irgendwas fehlt immer das ist bleibt nicht aus machen wir uns gleich noch ein paar märz dies war ein tropen als es reicht ja für ein ganzes gebäude alter was mache ich denn ich bin gerade irgendwie nicht bei der sache zack 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 genau zwei müssten eigentlich reichen hoffe ich mal in klammern so zwei spitzhacken mit diesen spitzhacken werden wir den stein durch spuren ane durch hacken ist ja eine spitzhack ist ja kein bohrer verstehst du na gut so alter schwer das wird natürlich jetzt erst mal ein bisschen dauern aber die zeit nehmen uns natürlich immer kreuzer munter und fröhlich am bauern sind jammer kies das ist sehr schön da freue ich mich noch mehr kies na super aber immer können sie muss verwenden für weg und so deswegen juhu kies so das sind wir gleich durch natürlich auch mal für den zweiten gang so ok thema wert sich schlechter gleich mal gucken wo ich meine zettel hinab hier noch die erde weg so überall wo man rankommen da komm ich nicht ran so es wird nacht in der minecraft welt die frage ist machen wir jetzt erst mal die zombies aus wegen baumodus und so ne sonst würde ich ja dauernd zum bett gehen kommen wir machen jetzt einfach mal kommen scheiß auf dingen wir machen jetzt einfach mal friedlich ha 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 und bauen die nacht durch ne so haben wir auch riesenfläche oben drauf da kann man auch wahnsinnig viel machen ich bin mal sehr gespannt wie das am ende sehr aussieht sehr gespannt wo war es ja auch in letzter zeit wieder kommt es wird ja langsam wieder weihnachten wir haben ja gerade den dritten dezember ja wir haben den dritten dezember morgen ist der vierte und was jetzt so ein mädlich wieder losgeht im fernsehen das kennt ihr wahrscheinlich schon weihnachtsgeschichten ne drei haselnüsche für aschenbrödel und so die frage ist jetzt natürlich an euch guckt ihr das überhaupt noch und die frage ist guckt ihr das auch so viel weil es kommt ja nun hier dauerhaft im fernseher zu weihnachten das wie zum beispiel ähm der song hier last christmas das ist last christmas i give you my heart und so weiter und so fort kennt ja schon alles ne das ja nichts neues aber das halt natürlich typisch zu weihnachten na gut so muss das eigentlich auch da laufen auch die songs ständig die bahn hoch und runter also weihnachten gibt es halt nicht so viele lieder da gab es da gibt es halt nur die berühmtesten last christmas und hier was gibt es denn da noch also heilig abend kommt ja immer leise riesel der schnee und die stille nacht und so ich werde es natürlich jetzt nicht vorsingen also nein das habe ich schon in der grundschule gemacht und das ist nicht mal gelogen so hier haben wir auf jeden fall kohle da können wir noch ein bisschen experience sammeln experience so komm holen wir mal die kohle aus dem berg so fluppdiwupp so wir sind schon level 23 das ging ja doch eigentlich jetzt flott 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 galopp so haben wir noch mehr kohle ich freue mir kohle ach da unten haben wir unter kohle ach du scheiße so aber es hat keine kohle oder hoffe ich mal doch da unten geht es weiter am ende will man die kohle holen äh nicht holen und am ende holt man die trotzdem dann am ende ärgert man sich immer wieder wochen hier so viel kohle ist alter wie viel kohle siehst du merkst du es genau das meinte ich damit so ich mache erstmal folgendes ich cluster das hier erstmal mit cobblestone zu so komme ich hier auch noch wieder raus dankeschön so dann machen wir das erstmal mit cobblestone zu so zack und den berg den können wir erstmal so lassen komm und dann machen wir oben weiter so ich glaube da müssen wir auch von oben rangehen dann müsste ich mir mal so eine linie ziehen das mache ich meistens wenn ich so einen bergab rasieren will dann sag ich schon mal rasieren zu ich weiß auch nicht dazu sieht halt wie abrasiert aus könnte ich jetzt eigentlich jetzt schon mal machen wartet mal komme ich denn ja jetzt wieder die frage wie komme ich da wieder hoch so hier fly na super mal dass wenn die berge springen ja so da geht es nicht lang da eher so hier will ich nicht runter fallen so kommen wir da überhaupt hoch müssen uns mal einen eingang und hier so eine treppe beschaffen hier dass wir hier hoch kommen weil es ja doch ein bisschen nervig ne so jetzt bloß nicht runter fallen wo ist denn hier die grenze waaa au doch nicht so wartet mal ich iller mal kurz hier durch hier ist die grenze okay dann müssten wir müssten wir hoch die schaufel in die hand nehmen und machen wir kurz hier durch dann müssten wir quasi dann hier so lang gehen so ich hoffe mal dass das jetzt richtig ist dann können wir halt sehen wie weit wir reingehen müssen wie tief na so ich weiß es gerade ein bisschen dunkel deswegen mache ich hier mal ganz kurz eine fackel hin so jetzt seht ihr auch wieder was so da können wir schon easy going durch so alter ich muss schon wieder auf toilette das gibt es doch gar nicht immer beiden minecraft aufnahmen was denn los ist doch gar nicht irgendwie ist das komisch aber ich werde doch gerade mal auf toilette gleich gehen scheiße so dann müssen wir jetzt müssten wir jetzt erst mal so machen kommen wir denn da ganz runter schon mal ganz kurz so okay das wird noch ein bisschen dauern hoffe ich deswegen bauen wir mal fröhlich und munter weiter na super aber ganz und dann haben wir eine zweite gemacht es geht immer so schnell wenn die spitzhacken immer so loslegen da geht das ganz schnell dass sie kaputt gehen ich hoffe dass ich jetzt richtig hier mache was ich gerade mache ich gehe mal wieder in die richtung war es ja richtig so und quasi müssten wir da oben irgendwo da unten meine ich das ist ja ein bisschen mach ich mal so machen wir mal so eine kleine treppe waah mal so eine kleine treppe ok wartet wartet wir haben es gleich wartet da haben wir es ok genau da sieht das so abgeschnitten aus mal kurz war das war falsche richtung ich bin nicht so tief zum berg reingegangen na gut das ist ja egal eigentlich so dauert jetzt halt ein bisschen aber man sieht halt wo der berg endet na super ich bin doch eigentlich sehr schlau wir könnten ja eigentlich auch hier unten lang das wissen wir ja wo die linie ist da siehst du zack kommen wir durch so und dann hier quasi der restliche scheiß sorry sag ich auch nur scheiß hier das gibt es ja gar nicht liegt wahrscheinlich daran dass ich auf toilette muss und nein das war nicht pervers vielleicht ein bisschen aber es hält sich ja noch in maßen so kommen wir da ran nein natürlich nicht na super so dann hier mal hoch so komm ran alter das wird noch ein bisschen dauern was ich mal kurz mache ich will mal kurz wieder weg machen so einmal quer durch schlalalala erst die eine sache dann die andere also ich weiß jetzt erst mit die erde dann machen wir den stein weg und nicht alles durchschnittliches wasser bekloppt so der morgen geht auf wir haben eine nacht verbracht wir sind eigentlich schon fast fertig mit dem werk hat eigentlich es ging eigentlich schon schnell kann man schon sagen das ging eigentlich schon flott so da kommen wir auch außen hin okay so lalalala boah was ja auch ein thema wäre ist mir gerade so spontan eingefallen wegen den sozialen netzwerken ähm ist jetzt nicht böse gemeint aber kennt ihr das kennt ihr diese weiber kann man ja mal so sagen kennt ihr diese weiber die man profilbilder macht ja man macht auf facebook profilbilder aber diese weiber halt ähm wie sage ich denn das mal jetzt so krass aber die halt naja sagen wir es die machen jetzt ein profilbild ne und quetschen sich die brüste hoch das ist also dass man das richtig sieht ne und schreien und denken trotzdem ich sehe so hässlich aus alter oder ich verstehe nicht die weiber wenn die immer schreiben äh boah das bild ist voll süß von dir und dann schreiben die direkt gleich danach oh du bist süßer nein du nein du nein du bist am süßesten nein du sind beide süß so ähm ja das ist eigentlich ein bisschen störend also aus meinen kenne ich das jetzt nicht so dass er ich habe das glaube ich schon mal irgendwo äh kenne ich glaube ein kumpel da war so ein mädchen das hat ein profil Das war's für heute.